hallo und herzlich willkommen ich bin sabine von bienestempeltlöck heute möchte ich mit dir gerne diese triangle trifold card basteln und dafür habe ich dieses tolle designer papier perfekte party verwendet ich finde dieses papier wieder sehr sehr schön ich habe es glaube ich schon mal in einem video vorgestellt und da kannst du halt tolle dinge mit kreieren also total super und für diese triangle trifold card da möchte ich jetzt gerne ich öffne sie mal damit du siehst wie sie aussieht ich habe hier so eine banderole drum gemacht und dann lässt sie sich so öffnen und die heutige karte wird vom prinzip her genauso nur halt in einem anderen farbton und dafür benötigen wir farbkarton im sommer wäre aber erstmal werde ich sie hier wieder zusammen friemeln gut dann legen wir sie dahin und nehmen unseren papierschneider und schneiden uns farbkarton in sommer wäre zurecht und zwar mit der abmessung 27 x 9 cm und da schneide ich mir hier an der kurzen seite lege ich bei 9 cm an und dann schneide ich einmal den karton durch und messe noch mal 27 cm ab dann falzen wir das ganze so wie er jetzt liegt mit der langen seite falzen wir einmal bei 9 cm und bei 18 cm dann müssen wir unseren farbkarton hier so anlegen dass wir und zwar möchte ich hier so diagonal eine falz linie ziehen und da setze ich da oben an der spitze an und hier unten muss die spitze exakt in der rille liegen und dann falze ich hier einmal so runter und das gleiche mache ich auch mit der linken mit dem linken fällt lege hier wieder die spitze an und hier unten und falze auch rüber der papierschneider kann erstmal weg so dann haben wir das ganze jetzt so und jetzt müssen wir halt falzen da brauche ich unser brauche ich ein falzbein wo habe ich es da ist es und das machen wir folgendermaßen die rechte seite wird zu uns rüber gefalzt so und diese seite die linke die wird von uns weg nach oben gefalzt und dann sieht das ganze so aus und das ist eigentlich schon die karte und die wird dann nachher genau jetzt müssen wir natürlich noch diese beiden hauptfalze nachziehen so und jetzt sieht unsere karte halt so aus und jetzt fehlt eigentlich nur noch designer papier und da möchte ich gerne dieses mal mit diesem papier arbeiten mit diesem design und das müssen wir uns noch zuschneiden mit der abmessung 8,5 x 8,5 8,5 x 8,5 x 8,5 und wir müssen es einmal durchschneiden so dass zwei dreiecke entstehen und dafür legen wir uns wieder zwei spitzen in die rille so und dann schneiden wir einmal durch und dann haben wir zwei dreiecke und die können wir auch gleich hier aufkleben eins kommt hier hin und eins hier hin so das erste also naja so ist es einfacher das erste kleben wir dann hier rein und gucken dass es gut sitzt und das zweite kommt hier hin so so und auch wieder schön gerade ausrichten bei mir ist es jetzt schief so oh man und dann sieht unsere karte so aus hier hin hier hinten noch vierze kram dran so ja das finde ich schon mal sehr schön und als nächstes möchte ich gerne unser innenleben also hier noch mit dem Farbkarton in Flüsterweiß eine Einlage ähm hinein kleben und der Farbkarton in Flüsterweiß hat die Abmessung 8,5 x 8,5 8,5 und dann bestempeln wir ihn als nächstes und da habe ich ähm mir unser tolles Celebration Stempelset herausgesucht und zwar Faunengruß finde ich total schön und ähm da brauchen wir erst einmal und zwar möchte ich gerne mit dem V so eine Art Hintergrundstempeln und da nehme ich mir den V heraus und einen passenden Stempelblock ich nehme jetzt mal diesen dann nehme ich Stempelfarbe in Sahara Sand und und eine Unterlage damit ich hier nicht alles vollstempel achso ja das hier ein Klarsichtstempel ist nehme ich am besten diese Unterlage so und jetzt wird mit Sahara Sand der V aufgestempelt ich stempel aber einmal auf Papier ab damit es nicht ganz so intensiv wird dieser Abdruck und setze ihn dann hier rauf so und dann möchte ich noch diese Federn nehmen und dann nehme ich dieses Teil der kann mal weg und da nehme ich auch Sahara Sand und ein Abdruck wird so gestempelt und jetzt kommt hier der endgültige Abdruck ja das war das und dann möchte ich gerne noch hier hier gibt es noch so süße Blüten in dem Stempel Set und dann nehmen wir mal das muss eine etwas kleinere sein dann nehmen wir mal diese Blüte hier und nehmen unser Stempelkissen in Sommerbeere und dann setze ich hier so kleine Akzente so das reicht schon dann fehlt natürlich noch ein Spruch den haben wir auch hier in unserem Stempel Set heute dreht sich alles um dich den finde ich schön den nehmen wir uns mal raus und der kommt dann auch auf einen Stempelblock so und den Stempel ich dann auch in Sommerbeere und den setze ich hier unten hin dann habe ich ein wenig geschmiert hier so der kommt also hier unten hin und dann kann unser Stempelkissen wieder weg und wir können diesen diesen Farbkarton schon mal hier hinein kleben wieder alles gerade ausrichten ja das ist schon mal unser Innenleben und jetzt möchte ich hier gerne eine Banderole mir zurecht schneiden habe ich hier auch gemacht da nehmen wir Farbkarton in zarte Pflaume mit der Abmessung 20,2 x 2 cm da lege ich hier rechts bei 2 cm wieder an schneide mir einen Streifen zurecht und der soll ja die Länge von 20,2 cm haben 20,2 cm so ungefähr so das ist unser Streifen und den möchte ich jetzt rundherum in zarte Pflaume in dem Farbton zarte Pflaume betopfen hier ist das Stempelkissen und dann gehe ich halt rundherum hier entlang so das war's ach ne das brauche ich gleich noch einmal dann nehme ich unsere Karte so lege mir hier den Farbkarton in zarte Pflaume rauf und knicke ihn hier so um dass er richtig sitzt und dann wird er nachher mit beidseitigem Klebeband hier zusammengefügt das können wir eigentlich gleich mal machen also so 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 und dann gebe ich hier auf na das mache ich mal mit der Schere ab das ist hier nicht so gerade so so dann gebe ich hier beidseitiges Klebeband drauf drücke es richtig an und dann ziehe ich den Schutzstreifen ab weiß jetzt nicht wo mein Hilfsmittel ist geht aber auch so und dann führe ich es so zusammen und fertig ist unsere Banderole gut ich möchte aber noch hier an den Eckpunkten auch mit unserem Fingerschwämmchen nochmal entlang gehen und hier so und jetzt ist es gut und jetzt kann ich das schon mal hier rumlegen unsere Banderole super und jetzt brauchen wir natürlich unseren tollen Spruch wieder und da benötigen wir als erstes Farbkarton in Savanne und wir nehmen unsere Kreisstanze also die 1 3 8el Kreisstanze und stanzen uns einen Kreis aus so und dann haben wir in in unserem in unserem neuen Frühjahr-Sommer-Katalog diese tollen Mini-Steckrahmen ich muss gestehen ich habe diese Steckrahmen immer komplett übersehen und erst als eine Kundin bei mir eine Bestellung dafür aufgegeben hat hatte bin ich darauf aufmerksam geworden ich finde es echt witzig aber naja und dann habe ich gedacht Mensch cool die möchte ich auch gerne haben und ja ich finde die auch richtig toll und da mache ich folgendes ich klebe hier so einen kleinen mit also mit dem ausgestanzten Kreis bild ich dann hier so einen Hintergrund im Stickrahmen und dann nehme ich halt unseren Flüssigkleber wieder und gebe hier Kleber auf so dieser Kleber der hält auch und dann gebe ich halt hier den Hintergrund auf so und dann lasse ich es ein wenig anziehen und in der Zwischenzeit können wir nehmen wir unseren Farbkarton nehmen wir noch ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß hier habe ich ein kleineres Stück das nehmen wir mal und unseren Wellenkreis und zwar den ein ein Achtel Wellenkreis der wird auch im Frühjahr-Sommer-Katalog angeboten wenn du ihn nicht hast kannst du auch einen ganz normalen Kreis nehmen ausstanzen und dann kommt da halt ein Spruch rauf und den habe ich auch in diesem schönen Stempelset Faungruß entdeckt beziehungsweise gefunden und zwar Du bist Grandios den möchte ich gerne nehmen und ich muss sagen mit diesem Stempelset kann man wirklich toll viel anfangen weil und dann eben obendrein noch ist es ein gratis Produkt das finde ich also finde ich schon richtig knorkel so dann nehme ich unseren unser Stempelkissen in Sommerbeere und unsere Unterlage hier wieder und dann stempel ich diesen Spruch hier rauf ach ne das brauche ich noch weil ich natürlich wieder rundherum da nehme ich ein Fingerschwämmchen in Sommerbeere und dann gehe ich halt rundherum hier entlang wieder ja die Celebration hat dieses Mal finde ich ganz besonders tolle gratis Produkte und es lohnt sich wirklich bei einem Einkaufswert von 60 Euro kannst du dir ein gratis Produkt aussuchen gut jetzt können wir das ganze hier in unserem Stickrahmen können wir es anbringen ich möchte allerdings noch kurz einen Basic Straschmuck hier anbringen dann nehme ich mal diese Größe ups so und den setze ich mir hier rauf wenn ich es schaffe mir fehlt irgendwie mein Hilfsmittel hier so so geht's und dann brauchen wir einen Dimensional den klebe ich mir hier hinten rauf und dann wird das ganze hier rein gesetzt so da habe ich meine Pinzette endlich damit kann ich es besser so ungefähr gut ich finde das sieht total süß aus und dann fehlt natürlich noch eine Schleife und da haben wir unser tolles unsere tolle gestreifte Kordel in Silber die kommt auch stammt auch aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog und da schneide ich mir mal oder ich mache das mal so mal sehen wie wir das hinkriegen so ja und dann können wir das ganze noch ein wenig zurecht zuppeln da dreht sie sich allerdings immer so ein bisschen aber das macht nichts das kriegen wir hin so so dann schneide ich das ganze hier ab und dann nehme ich einen Gluedot und dann kringle ich das so oder knüdele ich ihn so ein bisschen und setze ihn hier hinter und klebe das ganze hier am Stickrahmen an so das hat sich hier so ein bisschen gedreht ja und jetzt kann ich den Stickrahmen auch mit einem dimensionell hier anbringen und fertig ist unsere tolle Karte da haben wir unsere beiden guten Stücke ich finde die total süß ja und egal in welchem Design ich finde ich finde sie beide wieder schön gut ich hoffe du hattest viel Spaß an dem heutigen Video und ich wünsche dir natürlich auch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und das war's für heute ich sage tschüss bis zum nächsten Mal tschüss deine Biene von Biene Stempel Glück tschüss bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020